Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Zoo-Besuch. Dieses Mal sind wir auf Isla de Chupa von Yuli. Die Leute aus meinem Stream kennen Yuli, sie ist Mod auf meinem Kanal, sowohl hier auf YouTube als auch auf Twitch und auch auf Discord übrigens. Grüße gern raus und danke, dass ich diesen Zoo besuchen darf, denn das hier ist einer der Zoos aus der Mini-Zoo-Challenge, die abgeschlossen ist, Abgabe war vor langer, langer Zeit. Die Bewertungen sind durch, demnächst gibt es dann den finalen Livestream mit den Platzierungen und das hier ist einer der Zoos, die aus meiner Community gemacht wurden und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da noch ein paar andere Zoos besuchen würde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr Zoobesuche generell gut findet und auch das Projekt mit der Mini-Zoo-Challenge, könnt ihr auch einfach mal einen Daumen nach oben da lassen, das zeigt das auch und solltet ihr mitgemacht haben. und sagt, Goro, mach doch mal mein Zoo, dann kann das sein. Beziehungsweise dann schickt mir doch einfach den Link zu eurem Zoo oder schreibt mir, wenn ihr mitgemacht habt, dann habe ich den Link zu eurem Mini-Zoo schon. Generell, ich nehme auch noch Zoos an für normale Zoo-Besuche, aber jetzt die nächsten paar Wochen, die nächsten paar Sonntage Mini-Zoos-Zeit, auch weil das Projekt dann abgeschlossen ist. Deswegen starten wir mal rein. Und bei Juli hier ist ein Monster los. Es könnte das hier sein. Es könnte aber auch ein anderes sein. Das Thema war, dass man eine Insel bekommen hatte. Ich habe damals auch ein Video dazu gemacht. Und dann konnte man verschiedene Challenges, verschiedene Quests, musste man dann, ja, da musste man verschiedene Quests lösen und machen. Und in dem Fall, ja, Juli, das Ganze so ein bisschen anders angehaucht. Wir gehen einfach mal los. Man geht relativ lang hier zu Anfang. Ich habe den Zoo natürlich schon gesehen. Ich kenne alle Zoos. Ich musste sie ja bewerten, denn ich war mit in der Jury dabei. Wir gehen jetzt aber los, weil hier geht es nämlich zu den Hauses, zu den Beaches and the Zoo, the boat randle, this way. But first of all, Houses. Ihr kennt es. Wir folgen einfach mal den Tatzen hier. Ich weiß gar nicht, welchen Tatzen man generell folgen muss. Ich bin mit meiner Bewertung von A nach B nach C gelaufen. Man musste den Strand auch wieder aufbauen. Es war so, dass hier so ein Sturm war. Es war alles ein bisschen drunter und drüber. Dann gab es ein paar Easter Eggs, die man finden musste und einbauen musste. Juli hat das Ganze natürlich auch gemacht an der Stelle. Gerade hier geht es zu den Ferienhäusern, die auch total kaputt sind. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Die Ferienhäuser sind richtig hart zerstört. Wir sehen es hier drin. Ein Spinnenhaus mit einem Streamingzimmer. Obviously. Könnte es das von Juli sein? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier kann ich nicht durch. Planet Zoo sagt nein. Also es liegt am Planet Zoo. Es liegt nicht am Zoo. Und jetzt bin ich unter Wasser. Okay. Ja, das ist eher blöd. Aber hier ist noch so eine Hütte. Und die ist auch blutig von hinten. Das wollte ich mal so gesagt haben. Das ist ein bisschen eingerlich, dass ich da reingehe. Hier ist der Kids Beach. Ich würde jetzt meine Kinder nicht hier rauslassen. Denn es sind ja irgendwelche Münster frei. Und hier gibt es tatsächlich auch schon von Stefan die Kiste. Das ist das Easter Egg von Stefan. Das wurde hier hingelegt. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir alle Easter Eggs jetzt sehen. Es ist auch schon ein paar Tage, dass ich den Zoo bewertet habe. Was gibt es hier? Wir gehen auch so ein bisschen querfeldein. Muss man vielleicht an der Stelle auch einfach mal sagen. Dass wir auch so ein bisschen rumkommen. Wir gehen einfach mal hier rein. Hier ist nämlich auch noch ein Spielplatz. Leute, das ist der Mulch-Sang. Auf dem Playground. Und hier ist es. Okay, nice. Es ist ein cooler Spielplatz. Generell, ich weiß nicht, wie ich so in die Bewertung jetzt hier reingehen soll. Beziehungsweise, wie ich sagen soll, cool gemacht, gut gemacht. Ich finde, das ist ein fantastisches Projekt. Also für alle, die mitgemacht haben, finde ich, ist das richtig, richtig nice. Danke auf jeden Fall für jeden, der hier so eingesendet hat. Viele ja auch nicht aus meiner Community. Das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Aber einige aus meiner Community auch dabei gewesen. Guck mal hier. Die hat schon Angst gekriegt hier, die Leute. Die haben alle Angst gekriegt. Hier, Officer. Wir hören da schon Kapuziner-Elfen links. Die musste man auch einbauen. Ist relativ gut gemacht von Juli, muss ich auch sagen. So, Hotel and Houses, Zoo Entrance. Wir wollen natürlich in den Zoo. Das kann ich mal an der Stelle einfach mal sagen. Wir gucken uns den Zoo an. Den Rest müssen wir uns auch angucken. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das hier besuchen. Hier ist die Tiki Bar. Finde ich richtig nice. Ich mag dieses Coastal Set aus dem Ozeanienpack. Hier ist halt das Born. Wir hätten halt hier anfangen können. Möchte ich kurz an der Stelle so sagen. Und das hat Juli auf jeden Fall hammerhart mit einbezogen. Wir gehen einfach mal in den Zoo und schauen uns dann das andere später an. Hier ist der Zoo-Eingang. Man musste auch einen Zoo-Eingang bauen. Und ihr werdet dann in den nächsten Wochen sehen, dass es hier so ein bisschen... Ja, es gibt halt verschiedene Arten und Weisen, wie man hier die Challenge annimmt. Wenn man das mal so sagt. Auch verschiedene Arten und Weisen, wie du jetzt zum Beispiel den Zoo baust. Oder wie... Was du in den Zoo baust. Hier gibt es Fötchen, denen wir folgen können. Das ist ein schönes Vivarien, was eingebaut wurde. An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass man keine Blueprints benutzen durfte. Außer Blueprints, die vorgegeben waren. Einige waren auch von mir dabei. Ein paar Zäune. Das Pergola-Pack. Oder auch Kletter-Stuff. Das heißt, dass Juli größtenteils die meisten Sachen hier selber gebaut hat. Was mega nice ist. Also mir gefällt einiges. Wir müssen den übrigens auch im Dunkeln besuchen. Dunkel ist ja normalerweise nicht so mein Zoo-Besuch-Ding. Aber wir machen es mal für Juli. Hier gibt es einen Lava-Fluss. Da hinten ist nämlich auch ein Vulkan ausgebrochen. Sieht mega nice aus. Das hier ist ein mega nicer Shot übrigens. Finde ich richtig, richtig gut. Moin, Herr Officer. So, Staff. Bei den Staff-Leuten geht man eigentlich nicht rein. Ihr seht es auch hier. Das sind die Planet Zoo-Sachen grundsätzlich. Hier gibt es die Monorail Zoo Station. Wir können uns das ja mal einmal anschauen. Wir fahren natürlich nicht mit der Monorail. Es musste auch ein Fahrgeschäft verbaut sein. Und Fahrgeschäfte finde ich ja immer sehr anstrengend. Deswegen mache ich sie meistens nicht in meinen Zoos. Solltet ihr mal überlegt haben, Goro, warum baust du eigentlich keine Dinger? So, Roundtrip. Wir gehen einfach mal den Füßchen lang. Hier, das sieht auch süß aus. Es wurde viel mit Licht gearbeitet. Das kennen wir ja schon. Das ist ja nicht der erste, zu dem wir von Juli besuchen. Dann gab es ein paar Tiere, die ausgesetzt waren. Unter anderem die Galapagos-Schildkröten. Und die haben hier ihr Gehege gefunden. Die hatten dann auch Namen, die Tiere. Und die musste man dann eins von den Tieren einbauen. Ich glaube, es gab einen Schimpansen. Es gab einen Flamingo. Und dann gab es Schildkröten. Und die Schildkröten hießen mit Ninja Turtles. Der Flamingo war Don Quijote de Flamingo. Und dann gab es unseren Charlie. Und hier gibt es Schildkrötis. Darum fährt die Monorail lang. Es ist ein nettes Gehege. Es ist schön vollgepackt. Finde ich richtig nice. Und dann, wie gesagt, dieses Küstenpack passt sich richtig, richtig gut hier rein. So, dann gab es eine Challenge, dass man einen Pflanzenlehrfahrt machen sollte. Den sehen wir hier. Den Pflanzenlehrfahrt. Das finde ich mega nice. Von Juli. Hier weiß ich nicht. Ob das so sein sollte. Wer weiß das schon so genau. Dann Pflanzenlehrfahrt hier mit Fake-Schildern. Das finde ich immer richtig nice. Auch so ein bisschen, dass die anderen Biome hier vertreten sind im Vergleich dazu, was vorher war. Dann typisch Juli. Ich sage es, wie es ist. Typisch Juli. Hier so ein Pfad. So ein Friedhofpfad. Sie mag das ja, dieses Dunkle. Und das ist wahrscheinlich hier unser Schali. Eine Schildkröte. Der Flamingo. Und dann hier das mit den Augen. Es kommt schon gut Stimmung auf. Muss man sagen. Auf dem Friedhof. Hier dann Vivarion mit Fledermäusen. Finde ich mega nice. Finde ich hier ist richtig gut gemacht. Und dann auch mit dem Nebel hier. Das macht mir richtig Spaß. Finde ich. Finde ich sehr, sehr gut. Und schon sind wir raus aus dem. Aus dem. Aus dem Friedhof. So. Da drüben gab es so gesehen nichts eigentlich, oder? Hey. Jetzt habe ich mich doch verlaufen. So ein bisschen zumindest. Geht es hier vorne lang? Nee, das darf. Jetzt bin ich blöd. Also wir gehen hier lang. Hier lang. Hier sind keine Füßchen. Aber wir sind da durch den. Durch den Pflanzenleerfahrt gegangen. Und dann kommt man ja hier hinten raus. Cemetery. Es wird der Weg hier sein, wa? Weil wir waren ja gerade auf dem Friedhof. Naja. Swamp. Hier gibt es erstmal ein paar Fressbuden. Und ein nächstes Gehege mit Mähnenwölfen. Sehr süß. Hier auch die Möglichkeit reinzugehen. Guck mal, das finde ich richtig, richtig nice gemacht. So ein kleiner Unterstand hier. Und dann die Möglichkeit, dass man hier bei den Mähnenwölfen reinschauen kann. Und das Licht spiegelt jetzt ein bisschen beim Glas. Aber so. Ihr seht, es wurde richtig viel mit Licht gearbeitet bei Juli. Finde ich richtig, richtig nice. Es ist ein Nachtso, wo die Stimmung nachts halt am besten aufkommt. Ach, da ist einer. Die süßen da. Die süßen Mähnenwölfe. Finde ich richtig gut. So. Wo geht es hier weiter? Capybara. 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 Hier sind Capybara und Kapuzineräffchen. Zumindest steht das auf den Tafeln drauf. Es sieht auch so aus. Hier gibt es so Fressbuden. Das sind, glaube ich, Fake-Fressbuden. Aber wir hören die Kapuzineräffchen. Wir sehen nur keine Tiere. Aber wir hören sie. Dann gehen wir mal hier lang. Auf ganz entspannt. Da ist der Staff. Ist das der Staff für den Mähnenwolf? Ach ja, geil gemacht. Geil gemacht. Mähnenwolf an der Stelle hier auch nochmal. Genau, dann kann man von hier auch nochmal sehen. Da schwimmt einer. Finde ich sehr, sehr gut. Ich mag den Zoo wirklich sehr, sehr gerne. Es ist nicht so mein... Es ist ein bisschen der andere Style, als was ich... Goodbye. Ah, hier ist der zweite Zooeingang oder was? Muss ja. Nee. Höh? Habe ich einen Fehler gemacht jetzt? Ich habe den Zoo halt so hier noch nicht besucht. In dem Blick... In dem Blickfeld. Ich war der Meinung, da... Es gab... Also... Also... Ich bin ein bisschen schockiert. War das... Weil da hinten gibt es ja auch nochmal einen Weg. Wie kommt man denn da nochmal hin? Wir gehen einfach nochmal rückwärts. Sie unterhält sich hier. Swamp. Genau hier. Den müssen wir hoch. Ganz genau. Oh, ich wollte gerade sagen. Mensegrofin. Oh, wo sie frei denken? Nicht hingucken. Genau. Uns fehlt der Swamp, Leute. Ich wollte gerade sagen. Weil hier gibt es nämlich auch noch genau ein Restaurant. Was man auch machen muss. Man muss da halt auch ein bisschen Gastronomie haben. Finde ich richtig gut eingebaut. An der Stelle. Und mit den Tischen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier hinsetzen würde. Bei den ganzen Sumpfsachen außenrum. Aber ich meine, der Hunger treibt rein. Dann gibt es hier nochmal die Möglichkeit, zu den Kapuzineräffchen, da läuft eins reinzuschauen. Ich habe auch Capybaras gesehen. Früher. Also hier sind welche drin. Da, glaube ich, geht eins. Und da geht ein Baby Capybara. Okay. Es sind Capybaras drin. So. Guck mal, weil die Tatzen gehen nämlich hier nach rechts. Dann gehen wir auch mal nach rechts. Weil es gibt nämlich auch irgendwo noch Kaima, ne? Genau, hier sind sie. Und die Kaimane, die heißen alle Goro. Wenn wir jetzt einen finden, dann... Das ist Gori. Die heißen alle Goro, die Kaimane. Grüße gehen raus. Finde ich sehr, sehr... Sehr, sehr nett gemacht. Von Juli an der Stelle. Weil ich ja Kaimane liebe. Das sind ja meine absoluten Lieblingstiere, Kaimane, ne? Kann man auch noch mal reinschauen. Da wetzt einer lang. So, was gibt's hier? Swamp House. Dann gehen wir doch mal in ein Sumpfhaus. Wir folgen einfach mal den Leuten hier. Weil es hier Vivarien gibt. Mit Spinnis. Und eingebaute Sachen hier. Ein Herzfantastic. Ein Pizza Pan. Ist gut gemacht. Sag ich, wie es ist. Ist richtig gut gemacht. Der Zoo. Generell. Mag ich den sehr, sehr gerne. Wie gesagt, es war eine Challenge. Es gab ein paar Sachen, die man machen musste. Die man abarbeiten musste. Und dann gibt's ein paar Sachen, die... Juli selber sich ausgedacht hat. Und das natürlich auch generell bei vielen von den Leuten. Hier gibt's den Innenbereich für die Capybaras und die Kapuziner-Äffchen, glaube ich. Und überall wurde halt mit dem Licht gearbeitet. Die Spendenboxen eingebaut. Was so simpel ist, ne? Dass du die Spendenboxen halt in so einen Holzstamm machst. Sieht halt direkt netter aus. Da unten ist noch ein Capybara. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. So. Dann haben wir nämlich jetzt auch den Zoo, glaube ich, abgeschlossen. Weil dann waren wir ja eben draußen. Und da gehen wir nochmal raus. Weil dann müssen wir einmal zum Hotel. Was auch noch Teil der Challenge war. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wo die anderen Easter Eggs sind. Wir haben bis jetzt ja nur das von Stefan gefunden. Die Kaka-Duos. Achso, hier war der Mähnwolf. Stimmt. Äh, wo ging's dann nochmal raus? Hier hinten, ne? Hier lang. Versuchen wir mal, das hier gut wegzukriegen. Ich mag die Mitarbeitergebäude. Es ist halt dieses, guck mal, das ist auch ein guter Shot mit dem, mit dem Berg da hinten. Mit dem, wie heißt das? Vulkan. Mit dem Volcano. So, hier sind jetzt die Tatzen. Geht's hier nochmal rüber, über den, über den Lava-Fluss. Rüber über den Lava-Fluss. Monorail Zoo. Roadtrip. Also, aber wir waren noch hier schon, mehrfach. Weil wir müssen jetzt eigentlich rüber zum Hotel. So, das heißt, wir müssen hier einmal raus. Goodbye, weil hier auf der Seite, ne? Ne. Ist aber egal. Jetzt sind wir rausgegangen. Weil, ich meine, hier geht's nämlich zum Hotel und zu den Hauses. Da gehen wir einfach mal lang. Und ich finde, wir gehen auch lang. Normalerweise würde ich ja fliegen. Aber ich finde, dadurch, dass man halt, dadurch, dass man halt hier so viel gebaut hat, dass Juli so viel gebaut hat, können wir das genauso gut machen. Guck mal, da unten gibt's auch Tatzen nochmal. Das sind aber keine Tatzen, denen man folgen muss, glaube ich. Das sind die bösen Tiere. Die bösen Tiertatzen. So. Hotel und Monorail Station. Da gehen wir hoch. Mit den ganzen, äh, Treppen und so ist es halt schwierig. Monorail Station, da müssen wir nicht hin. Ich meine, wir können sie uns kurz angucken. Aber die sieht halt aus wie eine Monorail Station. Aber ist schön. Gut eingebaut. Aber es ist nicht unser Hauptaugenmeck. Unser Hauptaugenmeck ist Hotel de, äh, Chupacabra. Fuzzles Corner. Grüße gehen raus an Fussel. Denn Fussel möchte gerne als Automaten immer eingebaut werden. Ist sein Easter Egg, war das dann auch hier? Ne, ne? Aber die sind schön eingebaut, die Automaten. Es gab dann auch die Möglichkeit, einige haben dann auch die Easter Eggs in so einem richtigen Hotel reingemacht. Minigolf. Genau, man musste auch Minigolfanlage aufbauen. Ich weiß, Julis Minigolfanlage ist natürlich ein bisschen dunkler gehalten hier. Dass man in diese Schlange rein, reinschießt zum Beispiel. Oder hier. Das ist die Eins. Und dann überall diese Augen immer. Hier diese Pilze. Ich finde, das ist richtig gut gemacht, auch mit den Augen. Ich finde, das kann Juli. Dieses, dieses Düstere. Da ist sie richtig meisterlich drin. Und ich finde, das war auch eine der besseren Minigolfanlagen. Hier auch mit diesem Tigerkopf. Also wenn ich mir vorstelle, man steht hier und dann schlägt man halt los. Dann musst du halt hier so. Dann geht der Ball hier so durch. Und dann, wenn du Glück hast, macht der. Und dann ist er drin. Richtig, richtig nice. Finde ich, ist eine sehr gute Sache geworden. Meiner Meinung nach. So. Was gibt's denn? Genau, hier gibt's dieses Hotel. Das Hotel ist hier. Hotel de Chupacabra. Da gehen wir mal rein. Und hier sind wir im Hotel. Hier gibt's die Rezeption. Wir können uns anmelden hier an der Stelle. Die stehen auch hier und melden sich gerade an. El Miguel, der Schweizer, ist auch mit in der Jury. Übrigens Fussel. El Miguel. Meine Wenigkeit und einfach Tommy, die Jury-Mitglieder. Und Stefan hat bei der Map geholfen. Hier gibt's El Miguel's Easter Egg war dieses Osterei. Hier gibt's ein Restaurant. Stuff only. Hier gibt's das Restaurant, wo man dann dinieren kann an der Stelle. Sehr, sehr schön zum Dinieren. Wir gehen wieder rein. Sorry. Jetzt bin ich bitte durch. Sehr, sehr gut. So. Hier ist die Eierschlange von Ferdalp. Also von Fussel. Und Rooms Upstairs. Wir gehen mal hoch. Und schauen uns an. Jetzt sind wir hoch teleportiert. Weil hier ist nämlich schon was passiert. Hier ist scheinbar etwas los. Ich möchte nicht hier rein. Das ist mega nice gemacht. Ich find das richtig, richtig cool. Macht mir so ein bisschen Angst. Auch mit den Viechern hier. Leuchtende Augen und so. Find ich richtig gut gemacht. Room 5. Also die Räume sind, glaub ich, nicht gemacht. Room 4. Room 3. Aber alleine, dass die drei hier stehen, find ich richtig gut gemacht. Und der hier ist heftig. Der macht mir richtig Angst. Richtig gut gemacht. Finde ich. Jetzt weiß ich nicht, ob wir runterkommen. Oder ob wir immer wieder hochbacken. Es wäre blöd, wenn wir nicht runterkommen würden. Aber man muss es nur langsam machen. Man muss es nur langsam machen. Genau. Rooms sind Upstairs. Wir gehen wieder raus. Und schauen uns das hier hinten mal an. Weil hier hinten ist nämlich auch noch eine Poolanlage. Die allerdings auch abgesperrt wurde. Denn hier sind auch wieder Tiere unterwegs gewesen. Oder was auch immer. Das hat irgendwas gerissen hier. Man musste den Pool wieder aufbauen. Juli hat den nicht aufgebaut. Sondern hat den einfach nur blutig gemacht. Irgendwas ist hier passiert. Find ich einfach richtig gut. Das macht richtig Spaß hier auf Entdeckungstor zu gehen. Der Zoo ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das mal so ganz nebenbei. Und hier gibt es dann nochmal die Möglichkeit, schön ins Kino zu gehen, sozusagen. Sozusagen. Hier eine schöne Kino-Geschichte. Jetzt haben wir meinen Easter Egg gar nicht gefunden. Und das von Tommy. Ich bin, glaube ich, voll dran vorbeigelaufen. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo die waren. Wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass ich sie gefunden hatte. Hier geht es nochmal runter zu The Beach. Stefan hatte die Kiste. Miguel hatte das Ei. Fussel hatte so eine Schlange. Tommy hatte eine Bananenkiste. Ach, hier sind wir gestartet. Und ich hatte natürlich Mulch. Warte mal. Wir gehen kurz auf Entdeckungstour und suchen uns die Dinger. Weil hier war die Kiste. Wo waren denn die Sachen nochmal? Ist das hier Fussels Corner nochmal? Das ist mir jetzt unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich es gesehen habe. Ist das bei den Kaimanen drin? Das Mulchding. Ich weiß das nicht mehr. Mist. Das ist mir jetzt peinlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich das nicht sehe. Ach, hier gab es noch Unterwasser Viewungen. Die haben wir gar nicht gesehen vorhin. Sind wir einfach ganz schnell dran vorbeigehuscht, weil das die Kaimane sind. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, dass ich die jetzt nicht gefunden habe, die beiden Easter Eggs. Schande auf mein Haupt. Schande auf mein Haupt. Wisst ihr was? Ich such die einfach mal und dann cutten wir und dann seht ihr, wo die Easter Eggs waren. So machen wir das. Oder? Oder ich finde die jetzt. Was ist das denn hier? Ist das ein Hexenhut? Heftig. Ja, ich finde, das ist ein krasser Zoo geworden. Das mal so ganz nebenbei. Ein krasser Park. Ihr seht den auch nochmal von oben. Hier an der Stelle. Und irgendwo werden die beiden letzten Easter Eggs noch sein. Die werde ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen. Hier übrigens das Haus, was wir nicht sehen konnten eben. Warte mal von innen. So, kurzer Cut. Ich gönne mir die Easter Eggs. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder die Easter Eggs vor lauter Sachen im Zoo nicht. Hier gibt es ja übrigens das Guru-Beiting. Das ist der Mulchtraum von mir. Der hier ist. Und natürlich mit den Keim-Mahnen direkt nebenbei. So ganz dezent platziert. Und ich bin einfach reingegangen hier. Und weil ich unbedingt lesen musste, wie das Hotel heißt. Weißt du, da habe ich nicht gesehen, wie hier der Mulchtraum ist. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen in der Aufnahme. Da fühlt man sich dann richtig dumm, wenn man so einen Tunnelblick hat. Denn es gibt auch noch das andere Easter Egg. Das ist hier. Hier gibt es die Tommy-Bananen-Box. Alter Vater, warum ist mir sowas halt nicht aufgefallen im Vorfeld? So, dann haben wir alle Easter Eggs gehabt. Hier sind FatLP, Miguel ist da hinten. Tommy hier und Goruba hier. Und Stefan ist dann am Strand. Außerdem, jetzt wo wir gerade dabei sind, kann ich genauso gut einmal kurz rausfliegen. Denn es ist gerade nicht der Besucher-Mode. Denn, das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Ich habe ganz vergessen, dass alles hier oben noch zu Begutachten. Das ganze Rote hier, das haben wir alles noch gar nicht gesehen. Wir sind einfach voll komplett dran vorbeigelaufen. Das machen wir dann an der Stelle jetzt einfach mal. Wir gönnen uns den Erkundungs-Mode. Und gehen nochmal zum Tempel of the Chupacabra. Und dann haben wir alles gesehen. Das wollte ich mal so gesagt haben. Gehen wir hier hoch. Hier ist das alles ein bisschen roter. Da oben lässt einer die Ballons einfach los. So geht das nicht. Ups, nein. Das möchte ich nicht. Abwählen. So, weiter geht's. Hey, tut mir leid. Wir gehen hoch. Hier noch ein Vivarium mit den Freshies. Ich mag die Vivarien, ja. Aber ich mag das nicht so gerne, die anzuschauen. Weil es halt eher langweilig ist für Zoobesuche. Aber ich mag die, dass die da sind. Das finde ich richtig nice. Allerdings muss man auch dazu sagen, warum nicht noch individuelle, einrichtbar, größemäßig und so. Da könnte man auf jeden Fall noch einiges machen, Frontier an der Stelle. So, wir sind nämlich hier oben noch. Da gibt es nämlich etliche Tiere noch, die wir noch gar nicht begutachtet haben. Hier gibt es zum Beispiel Tapire und Ameisenbären. Und ich habe nämlich auch ein Baby-Tapir gesehen. Ist das der Ameisenbär? Schade. Baby-Tapir hätte ich gefeiert jetzt. Naja, wir gehen nochmal weiter. Weil es gibt einmal hier die, den rechten Weg hier, wo es eine Fressbude gibt hier. Im Tempel-Style. Das mal so ganz nebenbei. Finde ich ganz schön. Aber hier gibt es halt Tapire. Habe ich schon gesagt, dass ich die Infotafeln ganz cool finde? Glaube ich habe es noch nicht gesagt. Aber finde ich sehr, sehr cool. Wo sind denn die Tapire? Die Kleen. Die Kleen-Süßchen. Wir können jetzt nicht dran vorbeigehen, ohne den Tapir-Baby gesehen zu haben. Und ich weiß, dass hier eins drin ist. Wo ist der Tapir? Hallo? Baby-Tapir. Wo bist du denn? Wo bist du, kleiner Baby-Tapir? Da! Und ein Baby-Ameisenbär. Und noch ein Baby-Tapir. Okay, nice. Wir haben sie gesehen. Wir können wieder raus. Ja, ich gehe schon raus. Hallo. Wir gehen nochmal raus. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Das soll nicht wieder vorkommen. Ich gehe nie wieder in Gehe... Oh, ein Dritter noch. Na du? Wer bist du denn? Ein kleiner Baby-Tapir. So, wir sind wieder raus. Sorry, dass ich kurz einen Abstecher gemacht habe. Da oben war Starve-Only. Da ist nichts hart Aufregendes auf jeden Fall. Wir gehen hier mal hoch. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt hier hochgehen und da durchbaggen. Das wäre ein absolutes Problem. Generell, wie gesagt, viele Pflanzen. Wir sehen auch die ganzen Pflanzen hier aus dem Ozeanien-Pack. Das kam auf jeden Fall zur richtigen Zeit für Juli. So viel kann ich euch schon mal sagen. Hier gibt es nochmal die Möglichkeit, rüber zu gehen. Also, das müsste auch Starve-Only sein, ne? Bin ich vielleicht gerade einen Weg hochgegangen, denn nur Starve-Only? Ne, da oben gibt es auch noch eine Fressbude. Wer hätte ja sein können? Hier oben ein Monsieur Frita. So eine Pommes würde ich mir gut gönnen jetzt. Pommes könnte ich mir, könnte ich mitnehmen. Pommes würde ich, würde ich taken. Und hier gibt es dann nochmal die, die süßen kleinen, äh, Streifenhöhlen. Die gibt es hier vorne. Äh, nee. Sind die hier? Die müssten hier sein dann. Das müsste auf jeden Fall das Streifenhöhlen-Gehege sein. Nur wo sind die? Die Tiere verstrecken sich halt. A, verstrecken die sich und B, ist alles voller Pflanzen. Aber die sind hier oben irgendwo. Da hinten ist nämlich auch der Ball. Und die Box, also die sind hier. Hm. Ah ja. Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder runter. Und sehen hier nochmal das Tapir-Gehege und das Ameisenbeer-Gehege. Leck. Ist halt ein Riesenzoo und das ist ein Riesending. Deswegen habe ich das hier oben auch verpasst. Ah, guck mal, da sind die, die, die Erwachsene. Ist ja wieder. Okay. Jetzt müsste ich aber alles gesehen haben. Das schätze ich jetzt. Jetzt schätze ich, dass ich alles gesehen habe. Ich sage es, wie es ist, Leute. Jetzt, jetzt müsste ich durch sein. Ach ja. Glaube ich. Und wenn nicht, schaut es euch selber nochmal an. Ich sage es, wie es ist. Schaut euch selber den Zoo nochmal an. Link ist in der Videobeschreibung. Und generell, sucht einfach mal auf Minizoo Challenge im Steam Workshop und schaut euch da mal ein paar Sachen an, die die Leute gebaut haben. Das hier war die Insel. Richtig heftig. Danke, dass ich die besuchen durfte an Juli. Und ja, wenn ihr mögt, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Zoo-Besuch. Bis dahin. Haut das mal rein. Ciao. stock